Auf die Ohren. Literaturgeschichte kollaborativ, interaktiv und digital. Ein Podcast von Kolidi. Liebe Studierende, wenn Sie sich für Ihre Freizeit ein Buch kaufen wollen, dann können Sie heute oft wählen, ob Sie dieses Buch in gedruckter Form als E-Book oder als Hörbuch erwerben wollen. Ihre Entscheidung darüber wird von persönlichen Vorlieben abhängen, aber vielleicht auch davon, in welchen Situationen Sie das Buch rezipieren wollen. Zu Hause auf dem Sofa, im Urlaub am Strand oder beim Autofahren oder auch beim Joggen. Wenn Sie sich für ein Hörbuch entscheiden, dann werden Sie den literarischen Text hören wollen und nicht selbst lesen. Die akustische Wahrnehmung des Vorgelesenen ersetzt dann die visuelle Wahrnehmung von Schrift. Das ist für Ihre Freizeitlektüre völlig legitim, unabhängig davon, ob Sie dies tun, weil es für Sie schöner, bequemer oder überhaupt nur möglich ist. Wir denken ans Joggen. Eine wissenschaftliche Lektüre hingegen, wie sie die Literaturgeschichte erfordert, darf auf das eigene Lesen der behandelten Texte nicht verzichten. Weshalb kann es im Rahmen eines Literaturgeschichtsstudiums dann trotzdem sinnvoll sein, Literatur auch akustisch in Hörbeispielen zu rezipieren? Und weshalb sprechen wir von einem Projekt zur digitalen Literaturgeschichte überhaupt literarische Texte in Podcasts ein? Das soll ja keine Spielerei sein, kein unverbindliches Add-on, das wir nur machen, weil das Medium es ermöglicht. Und erst recht wollen wir Sie, wie gesagt, nicht davon abhalten, die Texte selbst zu lesen. Doch dafür Literatur in einem Podcast erklingen zu lassen, gibt es mindestens drei gute Gründe. Erstens machen wir uns dadurch bewusst, dass Literatur ein sprachliches und damit immer auch ein akustisches Phänomen ist. Das Verhältnis von Klang und Schrift wird zwar in verschiedenen Epochen und Gattungen unterschiedlich gewichtet, aber immer gilt, dass gute Poesie gut klingt. Deshalb darf die Literaturgeschichte die Dichtung nicht nur unter dem Aspekt der Schriftlichkeit betrachten. Sie würde übrigens sonst auch auf einen speziellen ästhetischen Genuss verzichten, den das Hören gut gesprochener Gedichte und literarischer Prosa erst ermöglicht. Ein zweiter Grund betrifft vor allem Texte aus älteren Sprachstufen, die uns heute unvertraut sind. Allein aufgrund ihrer schriftlichen Präsentation, in Editionen etwa, bekommt man oft nur schwer einen Eindruck davon, wie etwa die mittelhochdeutsche oder frühneuhochdeutsche Sprache geklungen haben mag. Das ist jedoch nicht nur ein sprachgeschichtliches Problem. Wenn Sie einen älteren Text gesprochen hören, dann verstehen Sie ihn auch besser, als wenn Sie nur auf das Entziffern der Buchstaben angewiesen sind. Und noch besser verstehen Sie ihn, wenn Sie ihn beim Lesen selbst laut sprechen. Und mit diesem Stichwort des Selbstlautsprechens bin ich bei meinem dritten Punkt. Wir wollen mit unseren Podcasts literarischer Texte keine passive Konsumentenhaltung fördern, sondern Sie, ganz im Gegenteil, damit ermutigen, sich an Texte heranzuwagen, die Ihnen aus verschiedenen Gründen schwierig erscheinen. Das kann zum Beispiel die befremdlich wirkende Syntag sein. Nehmen wir die schöne Magellona von Veit Warbeck. Die frühneuhochdeutsche Sprache wird Ihnen weniger Probleme bereiten als das Mittellochdeutsche. Da sind nur einige Wörter, die Sie nachschlagen sollten, weil sich inzwischen die Bedeutung verändert hat. Aber diese langen umständlichen Sätze, in denen sich diese frühe deutsche Erzählprosa zeigt, die können durchaus abschreckend auf einen wirken. Zumindest solange man sie nur im Druck vor sich liegen sieht. Sobald man sie jedoch zugleich hört, verschwinden manche der Verständnisschwierigkeiten. Nehmen Sie deshalb bitte, wenn Sie Podcasts von der schönen Magellona anhören wollen, zugleich die Reklamausgabe von Hans-Gerd Roloff zu Hand und verfolgen Sie Zeile für Zeile im Druck das, was Ihnen vorgelesen wird. Und wenn Sie dann den Eindruck gewinnen sollten, so schwierig sei es doch auch wieder nicht, dann stellen Sie den Podcast einfach aus und lesen allein weiter. Aber bitte laut. Und wenn es einem Podcast gelungen ist, Sie in Ihr eigenes lautes Lesen einzuüben, dann hat er seinen Dienst erfüllt. Auf die Ohren! Literaturgeschichte kollaborativ, interaktiv und digital. Ein Podcast von Kolidi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017